Verständlicherweise wollen Sie vertrauliche Dokumente ausdrucken, ohne Gefahr zu laufen, dass diese Dokumente in falsche Hände geraten. Das ist bestimmt interessant für Dich, Selina, oder? Diese Verletzung des Datenschutzrechtes ist aber sehr schlecht für das Unternehmen. Das können Sie ganz einfach vermeiden. Mit Personal Printing von ThinPrint kann es nicht einfacher sein. Klicken Sie auf Drucken, gehen Sie zum Drucker Ihrer Wahl, authentifizieren Sie sich mit Ihrem Smartphone und wählen Sie Ihren Druckjob im Jobviewer aus. Und schon halten Sie die Gehaltsübersicht in der Hand und nicht Ihre Auszubildenden. Das Beste ist, dass Sie mit Personal Printing sofort starten können, ohne dass Sie neue Hardware anschaffen müssen. Sie können alle Ihre bereits vorhandenen Drucker nutzen. Personal Printing funktioniert mit jedem Netzwerkdrucker, egal von welchem Hersteller und unabhängig vom Modell. Investitionen in neue Hardware sind unnötig. Ihr IT-Administrator hat Personal Printing im Handumdrehen installiert. Simpler kann die Authentifizierung dank QR-Code für IT-Admin und Nutzer nicht sein. Die Lizenzierung erfolgt nutzerbasiert. Das bedeutet keine Eintrittsbarrieren, hohe Skalierbarkeit und keine versteckten Kosten. Mit Personal Printing sparen Sie mindestens 10% Ihrer Druckkosten ein, denn Sie vermeiden viele unnötige Ausdrucke und individuelle Arbeitsplatzdrucker können Sie abschaffen. Durch die Reduzierung des Papier- und Energiekonsumms dank Personal Printing schonen Sie ebenfalls die Umwelt. Das sind unschlagbare Gründe für Personal Printing. Ihre sensiblen Unternehmensdaten sind vor fremdem Zugriff geschützt. Da sind auch Selina und ihr Chef begeistert. Worauf warten Sie noch? Starten Sie noch heute mit Personal Printing.